Okay, let's roll, let's roll, let's roll. Willkommen bei Easy Monology. Ich bin die Alex. Und ich bin der Stefan und heute wollen wir uns ansehen, ob T- und B-Zellen vielleicht unterschiedlich auf Antigene reagieren. Wenn wir uns den B-Zellen- und den T-Zellen-Rezeptor angucken, dann sehen wir quasi auf den ersten Blick schon, dass sie sehr unterschiedlich aussehen. Und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Und dafür wollen wir uns nochmal ganz kurz anschauen, wie T-Zellen aktiviert werden. Und wir hatten schon gelernt, dass das eben über Antigen präsentierende Zellen, zum Beispiel Dendritsche Zellen, passiert, die als Wächterzellen in unserem Körper unterwegs sind. Und wenn die einen Krankheitserreger erkennen oder Strukturen aus diesem Krankheitserreger, Teile des Krankheitserregers, dann werden sie aktiviert, weil diese Krankheitserreger abgeleiteten Strukturen letztendlich Mustererkennungsrezeptoren in diesen Zellen aktivieren, die dazu führen, dass diese Zellen eben ihre Genexpression ändern, also entzündungsfördernder werden oder T-Zell-aktivierender werden letztendlich. Gleichzeitig nehmen sie eben diese Strukturen oder Teile des Krankheitserregers auf in ihr Inneres, bauen es da zu Bruchstücken ab. Bei Proteinen nennt man das Peptiden, diese Bruchstücke. Und diese Peptide werden eben auf den MHC-Molekülen auf der Oberfläche der Antigen präsentierenden Zelle gezeigt, sodass diese Antigen präsentierende Zelle im Prinzip ständig auf ihrer Oberfläche zeigt, womit sie sich gerade in ihrem Inneren beschäftigt und was sie an potenziellen Krankheitserregern aufgenommen hat. Durch die Aktivierung der Antigen präsentierenden Zellen über die Mustererkennungsrezeptoren macht sie auch kostimulatorische Moleküle und Zytokine. Und dadurch kann sie letztendlich sehr effizient die T-Zelle aktivieren, die über ihren T-Zell-Rezeptor letztendlich die Peptide, die aus dem Krankheitserreger abgeleitet wurden, auf der Oberfläche der Antigen präsentierenden Zelle in Kombination eben mit diesen MHC-Molekülen, die wie so ein Kelch fungieren, erkennen können. Das, was ich euch eben erklärt habe, nennt man die Drei-Signal-Theorie der T-Zell-Aktivierung, weil wir eben drei verschiedene Signale haben. Das erste ist eben krankheitserreger abgeleitetes Peptid auf MHC. Das zweite sind die kostimulatorischen Moleküle, mit denen die Antigen präsentierende Zelle die T-Zelle aktiviert. Und das dritte sind die Zytokine. Und an dem Punkt gebe ich mal an die Alex, die euch erklärt, wie B-Zellen aktiviert werden. Die Aktivierung von B-Zellen verläuft analog zu der Aktivierung von T-Zellen von der endritischen Zelle, nur dass die B-Zellen jetzt von T-Zellen aktiviert werden. Aber wir fangen vorne an. Der erste Schritt, Signal 1, ist das Binden des Antigens an den B-Zell-Rezeptor, also an diesen membranständigen Antikörper. Das Antigen wird darauf internalisiert, prozessiert und präsentiert über den MHC2. Und das Peptid bindet dann mit dem MHC2 an den T-Zell-Rezeptor. Zusammen mit den kostimulatorischen Molekülen, hier CD40L und CD40, bildet das Signal 2. Über Zytokine haben wir dann das Signal 3. Das heißt, die Zytokine geben an, in welche Richtung die B-Zelle sich dann entwickeln soll, die Differenzierung. Je nachdem, welcher Zytokin-Cocktail, also welche verschiedenen Zytokine ausgesendet werden, kann es dann zu verschiedenen Antikörperproduktionen kommen, also IgG, IgE, IgA. Das nennt sich dann Isotype-Switching. Wir haben die Differenzierung zu Plasma-Zellen zum Beispiel, die Antikörper überhaupt produzieren. Und wir haben eine Proliferation, also eine Vervielfältigung derselben Zelle und ein Überlebenssignal. Jetzt ist dir eben Internalisation, Prozessierung und Präsentation rausgerutscht. Kannst du noch mal erklären, was das heißt? Manchmal rutschen uns einfach diese Fachbegriffe raus. Es tut uns leid, wir versuchen das zu vermeiden. Das ist der Fluch der Arbeit. Wenn wir das Antigen an den B-Zell-Rezeptor gebunden haben und das internalisiert wird, also in die Zelle aufgenommen wird, wird das danach prozessiert, also in kleine Fragmente zerlegt und danach präsentiert, also auf der Oberfläche gezeigt. Genau, das sind die drei schlimmen Wörter. Wenn wir jetzt mal zwischenzusammenfassen, haben wir eben gesehen, dass es da Unterschiede gibt in der Art der Antigen-Erkennung zwischen den T- und den B-Zellen. Die T-Zellen können nur Peptide erkennen, die ihnen eben auf MHC-Molekülen von den Antigen präsentierenden Zellen gezeigt werden. Im Gegensatz dazu können die B-Zellen intakte Teile, Oberflächenbestandteile von Krankheitsregeln erkennen. Das können eben nicht nur Peptide sein, das können ganze Proteine sein. Peptide sind ja nur kurze Bruchstücke von Proteinen. Das Protein kann deutlich größer sein. Das können Glykoproteine sein, also Proteine, an denen Zuckerreste dranhängen. Oder das können Polysaccharide sein, also Strukturen, wo sich bestimmte Zuckermoleküle immer wieder wiederholen. Das haben wir auch auf der Oberfläche von Pilzen zum Beispiel oder von Bakterien. Die kann man sich vorstellen wie so ein Zuckerbonbon mit einer harten Schicht und einem weichen Kern. Und dadurch können eben die B-Zellen direkt den Krankheitsregel angreifen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Unterschied in den Immunantworten, die von T- und B-Zellen ausgelöst werden. Wir hatten eben schon gesehen, dass eine T-Zelle eben von einer Antigen präsentierenden Zelle aktiviert werden muss. Und das schauen wir jetzt mal an an Beispielen dieses roten Bakteriums. Und wenn jetzt diese Antigen präsentierende Zelle dieses Bakterium aufnimmt, Bruchstücke daraus an die T-Zelle präsentiert und diese T-Zelle aktiviert wird, dann ist das zum Beispiel eine T-Helfer-Zelle, deren Aufgabe es eben ist, Zytokine zu produzieren. Das sind Bodenstoffe des Immunsystems und die können dann andere Zellen des Immunsystems anlocken. Wir haben hier eine B-Zelle, eine Makrophage, eine Neutrophile. Die können dann an den Ort der Infektion, also da, wo die Bakterien in unserem Körper tatsächlich gerade vorhanden sind, gelockt werden durch diese Zytokine. Dann werden sie aktiviert und können dann den Krankheitsregel bekämpfen. Das ist eine indirekte Bekämpfung der Krankheitsregel, weil die T-Zelle damit direkt nichts zu tun hat. Also die T-Zelle hat in den allermeisten Fällen keinen direkten Effekt auf den Krankheitsregel, sondern das macht sie indirekt eben über die Anlockung anderer Immunzellen, die sie dann auch aktiviert. Die Helferzelle hat keinen aktiven. Die Helferzelle, genau. Es gibt noch andere, das schauen wir uns in einem der nächsten Videos mal mehr im Detail an. Also die T-Zelle ist hier mehr so der Supporter, der Unterstützer, der die anderen darauf aufmerksam macht. Genau, der Manager, der die anderen darauf aufmerksam macht. Der Antreiber letztendlich, genau. Und bei den B-Zellen hatten wir auch schon gesehen, dass die von T-Zellen aktiviert werden. Aber dann wird eben aus dieser aktivierten B-Zelle eine Antikörper produzierende Plasmazelle. Und die kann jetzt direkt den Krankheitsregel bekämpfen, eben durch die Antikörper, die sie produziert. Und da hatten wir auch schon in Videos davor gesehen, gibt es drei Hauptmechanismen. Das eine ist die Neutralisation, wo die Antikörper direkt an die Oberflächen von bestimmten Krankheitsregeln binden. Das zweite ist die Komplementaktivierung, wo im Prinzip kleine Löcher in den Krankheitsregel eingebaut werden und ihn dann verbluten lassen. Und das dritte ist die Obsonisierung, wo diese Antikörper eben als Adapter fungieren und anderen Zellen des Immunsystems erlauben, ganz genau eben diesen Krankheitsregel zu erkennen. Das heißt, hier hat die B-Zelle eben einen direkten Effekt auf den Krankheitsregel über die produzierten Antikörper. Und wenn wir die beiden letzten genannten Funktionen jetzt nochmal zusammenfassen, dann ist es so, dass der B-Zell-Rezeptor und der C-Zell-Rezeptor eine Signaltransduktion, also eine Weiterleitung des Signals, da ist ein Antigen, was zu mir passt, in die Zelle weiterleitet. Allerdings kann der B-Zell-Rezeptor als Antikörper auch die Pathogene, also die Krankheitserreger, direkt bekämpfen, während die T-Zelle nur ein indirekte Management anderer Immunzellen hervorruft, wenn es sich um eine T-Helferzelle handelt. Und dann ist die Frage, haben wir lösliche Antigen-Rezeptoren? Und das kann man nur für B-Zellen, für den B-Zell-Rezeptor als Ja beantworten, das sind dann die Antikörper. Bei der T-Zelle haben wir keine löslichen Rezeptor-Strukturen, die wir quasi ins Blutplasma abgeben könnten. Genau, das heißt, die Funktion des T-Zell-Rezeptors ist letztendlich nur zu erkennen, okay, das ist was, was gefährlich ist, und dann die Zelle zu aktivieren. Das andere läuft dann unabhängig vom T-Zell-Rezeptor ab. Und bei den B-Zellen wird eben der Rezeptor, der das Antigen erkannt hat, der den Krankheitserger erkannt hat, eben in löslicher Form abgegeben und kann direkt dann auch diesen Krankheitserger bekämpfen. Damit sind wir für heute durch. Wir hoffen, ihr habt was über die Arten von Immunantworten, die T- und B-Zellen auslösen können, gelernt. Wir danken euch fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Und das, was ich euch eben erklärt habe, nennt man das Drei-Signal-Modell der T-Zell-Aktivierung, weil wir eben drei Signale haben. Das erste... Oh! Da sind gar keine Signale. Und der nächste Outtake. Oh! Oh, da sind gar keine Signale! Aber warum denn? Okay, aber da sind Signale, alles klar. Das ist ja scheiße... Okay, das wollen wir machen. Okay? Huh! Bis zum nächsten Mal.